Intuitive 3D-Navigation mit dem Space Controller Mit dem Space Controller bewegt man dreidimensionale Objekte frei im Raum, als würden sie schweben. Dieses Führen fliegender Objekte geschieht intuitiv. Man kann sich aber auch als fliegender Beobachter durch virtuelle Welten steuern. Dreidimensionale Bewegungssteuerung 3D-Manipulation in gleichzeitig 6 Raumfreiheitsgraden Under your control 6 DOF Was mit der 2D-Computermaus nur beschwerlich funktioniert, wird mit dem Space Controller zum Kinderspiel, zum Beispiel in CRD-Applikationen. Untertitelung des ZDF, 2020 KD-Applikationen Die linke Hand weiß, was die rechte tut. Der Space Controller unterstützt die natürliche Verhaltensweise des Menschen, mit beiden Händen zu arbeiten. Mit einer Hand die 3D-Maus, mit der anderen die 2D-Maus. Produktivitätssteigerung Durch die Parallelisierung von Arbeitsabläufen erreicht man nicht nur erhebliche Zeitansparungen, sondern erhöht auch Komfort und Kreativität des Konstrukteurs. Einstellfunktion mit Dominantmodus Im Dominantmodus rotiert oder bewegt der Space Controller ein Objekt nur um die oder entlang der Achse, die vom Anwender gerade am stärksten ausgelenkt wird. Alle anderen 5 Freiheitsgrade werden unterdrückt. Dies lässt sich auch mit einem räumlichen Lineal vergleichen, welches nur geradlinige und eindeutige Bewegungsrichtungen zulässt. Dieser Modus ist insbesondere in der kurzen Eingewöhnungsphase empfehlenswert. Einstellfunktion ohne Dominantmodus Bei ausgeschaltetem Dominantmodus stehen nun wieder alle 6 Freiheitsgrade gleichzeitig zur Verfügung. Intelligentes Powerwheel Weltneuheit Ergonomisch ist der patentierte Sensordrehring so um die Kappe oder Ball angeordnet, dass man sich blitzschnell durch Bedienmenüs bewegen kann. Oder aber auch die Einstellung von individuellen Objekt- oder Bewegungsgeschwindigkeiten mühelos ermöglicht. Tastenbelegung und Display Die aktuelle Tastenbelegung wird im Display des Base Controllers angezeigt. Individuelle Tastenbelegung Antippen der Tastatur führt wahlweise zur Betriebsartenwahl statt über das übliche Anklicken von Menüs. Unterstützte Programme Neben dem Virtual Reality-Bereich und dem Web-Umfeld werden auch alle namhaften Softwarehersteller aus dem CAX-Umfeld von dem Space Controller unterstützt. Wie AutoCAD, Autodesk Inventor, CATIA, Google Earth, Pro Engineer, Siemens NX, Solid Edge, SolidWorks und viele weitere Programme. Google Earth Auch das Navigieren von Google Earth wird durch den Space Controller zu einem realen Erlebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kappe oder Ball Der Space Controller ist wahlweise mit Kappe oder Ball lieferbar, wofür Sie sich auch entscheiden. In beiden arbeitet der gleiche verschleißfreie optoelektronische 3D-Sensor. Im rauen Industrieeinsatz hat er sich bereits tausendfach bewährt. Weitere Informationen und Bestellungen unter www.spacecontroller.com Make your product real! Kappe oder Ball Vielen Dank.